Hey, ich habe eine richtig gute Nachricht heute für euch und zwar, wie ihr einen garantierten 320er Geist bekommt. Denn DG, der Community Manager von Bungie, hat gepostet, dass Bungie ein Fix online bringt, dass ihr nach dem Event Geister in der Poststelle habt. Und die Droprate war nämlich laut Bungie viel, viel zu niedrig. Also es sollten eigentlich viel mehr Geister droppen. Und das ist nicht die Art, um zu zeigen, dass sie uns lieben, haben sie geschrieben. Ja, und was ihr dafür tun müsst, ganz einfach, ihr müsst einfach an sieben Matches teilgenommen haben und wirklich daran teilgenommen haben. Also selbst mal zählt nicht. Hat extra dabei geschrieben, der DG. Und entweder bekommt ihr dann den Schokoladengeist oder den Charlotte Roten Geist. Aber auf jeden Fall mit 320er Licht. Das wird garantiert von Bungie. Also der Geist, der in eurer Poststelle liegt, ist 320. Auf jeden Fall. Die Pakete werden pro Konto und nicht pro Jar verchickt. Verchickt. Weißt du Bescheid. Und ihr solltet am 23. Februar den Geist erhalten. Falls ihr schon sieben Matches abgeschlossen habt, müsst ihr nicht nochmal welche spielen. Also ihr müsst jetzt dann nicht nochmal reingehen und extra sieben Matches spielen. Falls ihr noch mitmachen wollt und die Prämie erhalten wollt, müsst ihr auf jeden Fall, bis zum 16. noch diese selben Matches abschließen. Und dann erhaltet ihr auf jeden Fall den 23er Geist. Was haltet ihr denn von der Aktion von Bungie? Ich find's mega cool, weil so kriegen wir jetzt alle den langen und heiß ersehnten Geist. Hätte ich nicht gedacht, dass das noch kommt. Ich dachte so, Bungie denkt sich, ha, das ist ja gleich. Aber finde ich ehrlich cool. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.